Wir werfen einen Blick auf unseren Eventkalender. LUMAGICA verwandelt auch heuer wieder die Burgruine Ehrenberg in einen zauberhaften Lichterpark mit interaktiven Installationen und sphärischen Klängen. Am Freitag um 17 Uhr findet die offizielle Eröffnung statt. Ebenfalls am Freitag startet Reuthe on Ice. Die heuer erstmalig entstehenden Eisflächen versprechen rund 2100 Quadratmeter Eislaufspaß mitten im Herzen von Reuthe. Zur Eröffnung gibt es außerdem ein Konzert von DJ Ötzi, der Band Lechufer und BAM! Und Samstag findet der sechste Twifl-Lauf in Lermut statt. Am Grubigparkplatz ist der riesige Showplatz, wo verschiedene Gruppen aus Österreich, Deutschland und der Schweiz den Besuchern das Fürchten lernen. Beginn des Umzugs ist um 18.30 Uhr. Alle Details zu diesen Veranstaltungen und auch weitere Events findet ihr auf unserer Homepage unter www.r1.tv. Dort könnt ihr natürlich auch eure Veranstaltungen kostenlos eintragen und sie damit zu unseren Event-Tipps hinzufügen. Wir übergeben jetzt an unseren Kollegen Michael Auer. Er hat auch diese Woche wieder die News der letzten Tage im Wochenblick zusammengefasst. Er hat auch diese Woche wieder die Nachbars auf der Hellen des Norden 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 des Vielen Dank.